Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Come Unity Commentary WoW Dragonflight M Plus Keys. Heute sind wir wieder einen Tag näher an der BlizzCon, einen Tag näher an 10.2, neuen Seasons an Weihnachten und vielen anderen Späßen. Allerdings heute bereits ein Geschenk und das ohne Mann mit rotem Mantel und weißem Bart, denn dieser Plus 25er Key wird uns präsentiert von einem tapferen Zwergenpaladin. Und das ist sogar ein 25er auf Nacken dieser wunderbaren Gruppe, die auf jeden Fall Bock hat, ein bisschen mehr dazu zu pullen. Und das, obwohl verstärkt ist. Verstärkt, stürmisch und auch platzend. Da kommen die ersten D-Spells rein, weil das Sterben dieser Jaredin natürlich einen gruppenweiten Platzen-Stack generiert. Und nicht nur einen, sondern einige. Aber das wurde hier so geisteskrank runtergespielt. What? Die haben einfach gerade schon 11-12% fertig gemacht und laufen jetzt direkt vor der Verantwortung weg. Ja, die Leichen, die bestattet bitte wer anders. Ich hoffe, in Nelterus gibt es genügend Ameisen, die die Kollegen dann auffressen. Und wir sehen, die Gruppe ganz gemütlich am Weiterkeiten. Ja, die Ärzten nehmen wir noch mit, Junge. Sogar 15% haben sie jetzt schon vollgemacht. Und dann geht's erstmal rüber auf die andere Seite. Ist ein 25er-Kier. Also mit Sicherheit hier der ein oder andere Weg dabei, der mir als höchstens so 17er-Läufer bisher nicht bekannt war. Und auch wenn ich das sehe, nicht ganz geheuer ist. Aber da sie drüben gerade schon so viel gepullt haben und nicht mal ein KR geploppt haben, können sie das jetzt hier natürlich wiederholen. Lockerflockig als Tank ist ein Dudu dabei. Wir haben einen wunderbaren Direkteur mit am Start. Der scheint hier ordentlich zu verstärken. Dann haben wir einen Shadow Priest und auch einen Magier mit am Start. Der hier dem Feuer den Kampf ansagt. Hör mal, da kam auch der Direkteur Atem. Also ein bisschen Feuer haben wir in unserer Gruppe auf jeden Fall auch mit dabei. Und das sind natürlich auch Puls, Junge, wo so ein Flammenstoß von oben, lebende Bombe-Prock und überspringende Phönix-Flammen auch wirklich Bock machen. Und ich meine, eine ähnliche Kombo hatten wir jüngst auch im 29er-Brackenfell, war das, glaube ich. Also Dudu-Tanks, die machen hier eine gute Figur und bringen natürlich auch eine Menge Kontrolle mit. Und ja, allein über diese Wurzeln, über den Vortex und so weiter, da kannst du natürlich eine Menge, Menge Spaß mit haben. Eine Menge, Menge Sicherheit für die Gruppe mitbringen. Aber auch unser Heiler, den sieht man da vorne gar nicht. Der schlägt mit zu, der macht mit Schaden, der vergisst aber auch die Heilung nicht, wenn wir das Schadensmeter sehen. Unser Direkteur, aber auch unser Heiler, die geben da wirklich alles. Obwohl es ja mittlerweile zum Glück auch Schadensmeter gibt, die die Wirkweise des Trakteurs mit diesem Verstärkung-Support-Spec ein bisschen besser bemessen können. Da muss man, glaube ich, in den Einstellungen ein paar Häkchen anders setzen. Und dann sieht es nicht mehr so aus, als wäre der Trakteur irgendwie Level 10 und wird hier durchgezogen. Das wird ja ganz am Anfang, als dieser Speck reinkam, für eine Menge Unschönheit in Gruppen gesorgt. Jetzt nicht nur im Rahmen der Optik des Schadensmeters, sondern weil Leute eben nicht verstanden haben, wie dieser Speck funktioniert. Und selbst wenn du dann als Verstärkungsdirekteur einen richtig guten Job gemacht hast und dein Schaden dann ja Teil wurde von denen, die du da verstärkt hast. Du pusht die ja in ihrem Schaden, dann wird das eben nicht angezeigt. Und dann warst du immer irgendwo unter Tank und Heiler zu sehen. Ja, weil dein Schaden, den du selber drückst, gar nicht so essentiell ist, aber der Verstärkte eben nicht gemessen werden konnte. Und dann hieß es ganz häufig, Lull, was machst du jetzt in einem 5er Key, geh nochmal üben, was machst du in einem 15er Key, geh nochmal üben. Und selbst der beste Trakteurspieler ever wurde dann irgendwie geflamed und rausgeschmissen, weil eben keiner in der Lage war, diesen Speck richtig wiederzugeben in den Schadensmetern von Welt. Aber mittlerweile ist er, denke ich, ein bisschen besser geworden. Zumindest hoffe ich es für die Trakteur. Bin aber dennoch auch sehr gespannt, wo sie mit dem Speck weiter hinwollen. Dann werden sie den doch für die Sicherheit einstampfen oder machen sie dieses Support-Segment ein bisschen größer. Also kriegen mehr Klassen auch solche Support-Skillungen. Und werden sie dann das ganze Gruppensystem verändern. Immer wieder im Gespräch sind ja 4-Spieler-Dungeons oder alternativ 6-Spieler-Dungeons, sodass du immer einen dazu nimmst. Und das ist dann diese Support-Rolle. Wird auch nur eins von beiden den Gruppenspiel irgendwie helfen, wenn man jetzt schon teilweise Schwierigkeiten hat. Und ein Tank für eine volle Gruppe zu bekommen, dann noch so eine Extra-Rolle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die Zukunft da aussehen wird, Freunde. Aber ich glaube, da erwartet uns noch eine ganze Menge Wandel. Unsere Gruppe pullt in den Boss derweilen ein paar Trash-Mobs mit rein. Platzen, verstärkt, stürmisch, ganz egal. Wir wissen, stürmisch eigentlich ein Affix, der eher belächelt wird. Ja, weil man sich denkt, gut, wenn du einen DK vorne hast, der zieht seinen unaufhaltbaren Tod. Dann ist er immun gegen irgendwelche Movement-Effekte, soakt diese Wirbel beim Entstehen und merkt gar nichts davon. Oder man macht eben einen Schritt zur Seite. Oder selbst wenn man mal einen in die Fresse bekommt, okay, halb so wild. Aber gerade hier, bei solchen Key-Höhlen, bei so vielen Voids, zum Glück jetzt nicht tyrannisch skaliert der Boss. Deswegen kann man hier natürlich ein bisschen experimentieren, auch mit sterbenden Ads, die man da mit reinbringt. Aber das muss sich nur im falschen Moment erwischen. Bist du hochgekickt? In dem Moment dreht sich der Boss zu dir um, entfesselt da seine Lava-Fontäne. Oder du landest durch den leichten Rückstoß dann doch in irgendeiner Void. Die tickt, dann kriegst du noch einen Random-Effekt, dann kommt noch platzend dazu. Wir wissen, wie viel Scheiß-Chaos sich in M-Plus immer wieder aufsummieren kann. Aber unsere Gruppe hier, die meistert das ohne große Sorge. Unser Heiler hat das unglaublich unter Kontrolle. Ja, man denkt bei diesen kurzen Beinen, da muss er aufpassen, dass er vorne nicht zertrommelt wird. Von den riesigen Schritten des elefantösen Magma-Mammuts. Aber er kriegt das hin. Der Schadensitz, den er drückt, der ist nicht ohne. Und dann haben wir tatsächlich eine super gesunde Gruppe. Wobei man bei aller Liebe zum Heiler, und er macht einen fantastischen Job, natürlich auch sagen muss, dass wir hier eine Plus-25er-Gruppe haben. Da möchte man natürlich auch nervöse Finger an den hauseigenen Dev-CDs haben. Ja, schön gedotscht hier. Da möchte man natürlich auch wissen, wie ein Gesundheitsstein aussieht, wie ein Heiltrank funktioniert. Und wie man sich vielleicht auch selber mit den eigenen Klassenfähigkeiten dann so ein bisschen gegenheilen kann. Ja, das gehört, denke ich, auch dazu, sich hier einfach nur blind auf einen Heiler zu verlassen. Das ist, glaube ich, nicht fair dem Heiler gegenüber und auch nicht sinnig für das gesunde Gruppenspiel. Jetzt sind auch die Flügelchen nochmal angegangen. Gibt es ordentlich vorne rein. Mit Kreuzfahrerstößen, Richturteilen und der Weihe. Und auch so ein heiliger Schock. Der kann natürlich auf die Gruppenmitglieder, aber auch auf die Gegner entfesselt werden. Und da ist er tot, sogar im Charge sofort auf den Widder gesprungen. Und weiter geht's nach unten. Ja, drüben haben sie jetzt ja schon eine Menge Trash auch aus dem Weg räumen können. Darum haben sie da ja jetzt erstmal freie Bahn. Hier gibt es noch einen schönen langsamen Fall, einen Levitieren. Beides sogar, Junge. Priester und Magier, das meinte ich gerade. Beide gleichermaßen wach. Da ergibt sich eben eine Situation. Und dann, wie es im Lehrbuch stehen könnte, ja, wird von der Gruppe reagiert mit nahezu mechanischer Präzision. Hier fassen Dritte von Trash-Prozenten schon voll. Zeitlich sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Währenddessen null Tode auf der Uhr, obwohl hier genügend Situationen und auch große Pools dabei waren, bei denen man hätte sagen können, oh, 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 das muss eigentlich ins Auge gehen. Aber nein, jetzt hier ein paar Phönixe mit rein. Und natürlich war es das noch nicht. Wir haben, wir haben, in Nelteros, natürlich auch so ein paar Jarradin-Waffen. So ein paar Ticks, so Ticks vielleicht auch, aber Tricks meine ich. Und Möglichkeiten, den Gegnern hier auch in größeren Gruppen durchaus auf den Sack zu gehen. Neulich sogar genervt, wenn ich nicht irre, diese wunderbaren Ketten, ja, die man hier spannen kann. Ist auch eine Mechanik vom nächsten Boss. Und die kann man dann in, da sehen wir es, glaube ich, sogar gerade in die Mobs reinlenken. Macht eine riesen Explosion. Und sehen wir jetzt auch im Schadensmeter wieder, ja, dass diese Waffen auf jeden Fall nicht zu verachten sind. Und boom, schon war es das für ein Großteil dieser Trash-Gegner hier. Also da muss natürlich dann die Defense lang genug funktionieren, damit der Tank auch so viele Mobs auf verstärkter Basis zusammenpullen kann. Und da muss das Timing nahezu perfekt sitzen. Und dann sind diese Ketten, obwohl sie angepasst wurden, immer noch eine absolute Banger-Mechanik. Im wahrsten Sinne, da sprengt man nämlich alles auseinander. Unser hier hat noch eine Ansage gemacht. Er wird nebenbei in der Gruppe geschrieben, ist also auch wieder sehr random hier alles zusammengetrommelt. Aber dennoch, wir sehen, der Boss im Single-Target, er hat hier wenig zu lachen. Und alle warten jetzt eigentlich nicht nur auf die Speere, sondern auch auf die Ketten. Jawohl, auch die muss man in den Boss lenken. Aber wir sehen, das macht auch jedes Mal eine Explosion. Deswegen muss auch das so ein bisschen Hand in Hand gehen. Ja, zieht der Tank den Boss in die Ketten? Oder müssen die Leute mit den Ketten zum Boss? Und wenn sie das tun, egal ob Tank oder der Bekettete, ja, dann muss natürlich das Gruppenleben im Auge behalten werden. Aber schaut euch an, wir spielen. Leicht, wow, unser Heiler. Hier die Phase nutzt, wo der Boss auch gestunt ist. Da kann natürlich dann auch weniger Schaden reinkommen. Und da einfach schön mit den Lichteffekten einmal die Gruppe wieder hochgehoben. Einwandfreie Sache. Er hat den göttlichen Glockenschlag dabei, sehe ich. Das Gerade war diese Fähigkeit, wie heißt die, Heiliges Prisma oder so. Das ist dieser Hammer mit dem Lichtstrahl ganz oben links da über seinen ganzen Action-Buttons. Jetzt wieder auf Cooldown. Da pfefferst du auch so einen Lichtstrahl in den Gegner und dann spreadet das entsprechend. Finde ich auch super interessant, selber aber gar nicht mitgespielt. Und was ich auch sehe, ist, meine ich, diese alte Artenwald-Paktfähigkeit. Diese Segen, die man sich da geben konnte, war in Shadowlands unglaublich unbeliebt. Weil selten, gerade in Key-Stufen und Raid-Schwierigkeiten, wo es dann auch darauf ankommt, selten konkurrenzfähig mit anderen heftigen Paladin-Fähigkeiten wie dem Glockenschlag oder eben alternativ dieser Ascheweihung, die wir hatten. Wo du einen großen Bereich mit der Macht der Venture weißt und dann gegen alles in diesem Bereich auch Hammer des Thorns, glaube ich, einsetzen konntest. Es war ja dann alles noch verbesserbar. Dann hatten wir Ende Shadowlands noch ein Legendary, das alle anlegen konnten, was die Fähigkeit auch nochmal verbessert hat. Also absolut insane gewesen. Und dann hattest du eben diese Jahreszeiten-Buffs im Rahmen des Artenwalds bei dem Nachtfäh. Und das hat er hier wieder mitgeskillt. Tatsächlich eine Fähigkeit, die dir vier verschiedene Buffs gibt und die wechseln sich quasi ab. Du fängst an mit dem Frühlings-Buff, sagen wir, der gibt dir einfach Bonus-Heilung. Machst du 20% mehr Heilung, wenn du das aktiv hast. Und wenn du den Buff dann nochmal aktivierst, dann wird das der Segen des Sommers. Der gibt dem, kannst du verteilen den Buff, musst du dir nicht selber geben, dem du diesen Buff eben gibst, so ein bisschen Bonusschaden. Dann kommt der Herbst und der Herbst, der gibt dir vielleicht Bonus-Leben und der Winter, der lässt dich dann Bonus-Frost-Schaden verursachen mit deinen Angriffen. So, ist nicht 1 zu 1 so gewesen, aber nur fürs allgemeine Verständnis. Und damit kannst du natürlich auch so ein bisschen den Evoker raushängen lassen und wenn du Bock hast, auch deine Gruppe mit den entsprechenden Effekten verstärken. Du musst also auch ein Auge auf die Gruppe haben und wissen, wann, wie, wo du hier was einsetzt, ja. Um dann natürlich auch sehen zu können, inwieweit gerade dein Positioning passt und ob du jetzt deine Fähigkeit auf dem Verbündetenhaus oder dann doch lieber auf den Gegner, da sind wir wieder beim Heiligen Schock, ne. Der Paladin, das hat ja einen Grund, warum der vorne steht. Nicht nur, damit seine AOE-Heilungstaschenlampe die ganzen Milis abdecken kann, sondern damit er eben auch schön mit rauskloppt, ja. Und das ist natürlich super. Er hat ja auch ein Schild dabei, deswegen kann er auch da seine Heilige Kraft entsprechend rauszimmern, wenn er möchte. Und boom, einfach den Kollegen da vorne, Kinski-Style, in die Fresse hauen. Und jetzt wird gerade so ein bisschen drüber gequatscht, wann wird denn mit Kampfrausch gearbeitet? Ja, Bloodlust. Und das machen wir am After. Jawohl, am Arsch ziehen wir Kampfrausch. Da wird nochmal ein bisschen reingesippt. Ja, oh, für den Movement-Speed, Junge. Unten haben sie wieder mit der Kette auch gerade gearbeitet, ne. So Trash-Prozente jetzt über der Hälfte. Und dafür, dass das verstärkt ist, also haben sie das wunderbar im Griff. Und dann sind sie auch schon wieder weiter oben. Ja, und hier gibt es eigentlich auch keine größeren Probleme. Also, ich meine, die Gruppe spielt bisher so geisteskrank nice, ich wüsste gar nicht, was hier für Probleme wirklich auf die zukommen sollten. Ich meine, es ist immer noch verstärkt. Und ja, stürmisch kann es ja nervig sein, aber die haben bis hierhin null Tode. Also, da muss es schon... Nein! Nein, oh Gott, das Timing. Ich wollte gerade sagen, da muss es schon extrem scheiße laufen, dass jetzt ja einer stirbt. Ach, nein. Und da wären wir bei einem der Punkte, warum ich bei neuen Spielern und Heilanfängern ungern den Paladin empfehle. Ich meine, wenn wer reinkommt in den Stream und sagt, ey, ich habe jetzt Bock mit Heilen anzufangen, weil ich mecke auch immer so ein bisschen rum, dass wir zu wenig Heiler haben. Egal, was wir machen. Egal, ob wir Aburus raiden oder einen alten Temok runnen oder so, ne. Und dann gehen wir ein bisschen Shadowlands, wo man hier und da noch Heilung braucht. Und du findest selten Heiler. Ja, egal, was man macht so. Egal, ob wir Mega-Dungeon gehen. Ich muss es jetzt nicht alles aufziehen. Ihr kennt es vermutlich selber, ne. Und dann weckt das manchmal bei einigen so das Interesse. Wir haben mittlerweile viele in der Community, die auch Heiler twinken. Ja, die dadurch noch ein bisschen befeuert wurden. Ich hoffe, dass sich keiner irgendwie dazu genötigt fühlt. Sondern, ja, wie es so ist, wenn man überlegt, Mensch, was twink ich jetzt? Ach, alle suchen irgendwie Heiler. Nehme ich das doch mal. Und dann kommt natürlich gerne die Frage, was ist denn so ein anfängerfreundlicher Heiler? Und dann sage ich immer, ja, an sich sind alle leicht zu lernen, kann aber schwer zu meistern, soll heißen, wenn du jetzt Bock auf einen bestimmten hast, dann nimm den. Ja, weil diesen generellen Bock von Anfang an, das kann eigentlich nicht so niemand ersetzen. Das kann man gar nicht irgendwie besser machen und besser nutzen. So, nimm diesen Bock, pflanz ihn in den Charakter und zieh durch. Ja, das ist eigentlich das Beste, was es geben kann. Wenn du aber gar nicht weißt, wo willst du anfangen, dann sage ich immer Priester. Holy Priest ist eine Maschine. Holy Priest, selbst wenn du der beschissenste Movement-Legastheniker überhaupt bist, ja, dann kannst du noch ein bisschen weiter heilen, wenn du stirbst. So, du hast einen Haufen Oh-Shit-Buttons, du kannst ein bisschen Schaden machen, wenn es gut läuft, aber du hast eine relativ simple Möglichkeit, deine Gruppe wirklich sicher zu supporten, auch überwiegend mit direkten Heilungen, ja, mit überspringenden Effekten und noch ein paar kleinen Hots dazu. Das ist einfach eine sichere Bank. Und wenn es dir dann zu langweilig ist, dann gehst du auf den Dissi, das ist einer der absoluten Experten und dann willst du ganz schnell zum Holy zurück, ne. Das ist so meine Erklärung immer. Aber auch so ein Paladin natürlich kann funktionieren, Shami kann funktionieren, Dudu und, und, und. Ich versuche dann immer bei meinen Empfehlungen zu gucken, was könnte so ein Spieler sehr verwirren zusätzlich, ja, dass du wirklich viele Oh-Shit-Buttons hast, so überfordernde Situationen und wenn du vielleicht gerade noch auf dein Positioning, auf deine Verbündeten und deren Fähigkeiten, auf Bosse und Wege in Dungeons klarkommen musst, dann kann dich, glaube ich, sogar so ein Shami-Totem noch verwirren und ablenken, ja, dann willst du Heilungsflut stellen und stellst dann aber Erdstärke oder, was weiß ich, dieses Fesseltotem oder statische Aufladung und dann, ja, brauchst du erst mal eine halbe Stunde, um das Richtige zu finden von den Elementaren und Co. und dann auch Kampfrausch, ne, das sind so Sachen für viele von uns Standard, kein Problem, aber wenn man sich in so neun Spielerreihen versetzt, ne, dann kann das, glaube ich, alles irgendwie überfordernd sein und als Priester stehst du da hier, ein bisschen Licht für dich, ein bisschen für dich und dann geht das eben nach vorne, ne, aber Paladin, ja, dazu, dieses vorne mit rumstehen, wir haben es gerade auch gesehen, so ein paar Def-CDs noch ploppen, um da auch klar zu kommen, ne, und, 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 also, da gehört schon ein bisschen dazu, ein bisschen mehr, möchte ich, aus meiner Sicht zumindest sagen, es sei denn, wir reden dann ab einer bestimmten Q-Höhe über ein bestimmtes Spieler-Skill-Niveau, das sollte dann natürlich immer ähnlich sein und dann sollte man natürlich seine Klasse auch ähnlich meistern und beherrschen und wenn dann nicht gerade irgendeine Metatabelle kommt und sagt, du kommst hier schon mal gar nicht rein, dann sollte man da natürlich bei allen wissen, auf einem gleichen Stand, wie, wann, wo, was funktioniert und sich nicht mehr in chaotischen Momenten, wie gerade, wo wir leider weiteren Tod auf die Uhr bekommen haben, ja, ohne Artikel, weiterer Tod kommt dich holen, da muss man dann eben nicht mehr gucken, wo ist jetzt Erdbindung und wo ist hier was, sondern dann kommt da hoffentlich auch diese Erfahrung, diese mechanische Präzision und dieser gemeisterte Zustand einer Klasse. Drei Tode sind, glaube ich, absolut zu verkraften bei der Art und Weise, wie sie hier durchmarschieren, bei dem Tempo, wie sie den Trash hinter sich lassen, sehr schön, wir sehen auch immer wieder wie viel Kontrolle dieser Support-Evoker, dieser Aug-Voker, wegen Augmentation, wie man so schön sagt, die viel Kontrolle, der mit reinbringt, ja, jetzt war ich schon wieder in der Direkteurs-Story hier, ich raste aus, Freunde, in dem er die ganzen Mobs da vorne auch hochkicken kann, ja, er kann tatsächlich den Boden aufbrechen und somit so einen kleinen AOE-Interrupt mit reinbringen, das ist schon relativ geil, davon abgesehen, die generelle Verstärkung, also das macht sich schon bemerkbar. Wir machen ja on-stream ganz gerne Skip-Runs im Mega-Dungeon, der gute Maverett hat da häufig eine ID für Only Endboss, wie kann er da mit uns teilen, und dann haben wir da verschiedene Runs, mal wunderschön und Lehrbuch-Style, wie wir es hier regelmäßig sehen von unserer Gruppe, und mal, naja, haben wir eine nicht ganz so günstige Gruppenkombination und ich selber nur noch einen Guffeltwink, und ihr kennt das, wenn man sagt, noch einen Run, noch einen Run, und die eigenen Chars, die werden immer ranziger, die eigene Erfahrung, ja, da ist natürlich dann auch nicht bei jedem Char der gleiche Erfahrungslevel, so wie der Kollege hier einen Paladin spielt, also davon kann ich nur träumen, und auch wenn ich es innerhalb meiner Chars vergleiche, meinen DK Main, den spiele ich natürlich ganz anders und weiß in verschiedenen Situationen ganz anders, wie ich jetzt nahezu perfekt, hoffentlich, reagieren kann, als wenn ich jetzt auf einen Krieger-Twinkel, oder einen Pally, oder wie auch immer, ja, und das zählt natürlich auch mit rein, und wenn zu viele dieser Faktoren ins eher Negative kippen, und das bei jedem Gruppenmember, na dann ist so ein Mega-Dungeon-Endboss immer noch ein Mega-Dungeon-Endboss, ja, und da wird dich easy auseinander raufeln, und deswegen, naja, haben wir da auch mittlerweile angefangen, die Runs so ein bisschen runterzuschrauben, worum es aber eigentlich ging, auch da haben wir viele verschiedene Gruppen, da haben wir viele verschiedene Charaktere, und auch häufig genug Heilermangel, aber was man eben immer wieder merkt, ist, wenn auch nur ein, zwei Leute dabei sind, die einen Charakter so mainen, wie die Kollegen in der Gruppe hier, weil das ist immer ein ganz anderes Ausrasten, die können Sachen ganz anders wahrnehmen, Fähigkeiten ganz anders spielen, ja, wenn ich dann gucken muss, bei meinem Pally, wo liegt nochmal meine zornige Vergeltung, und mache ich jetzt Richturteil, oder doch den Hammer des Zorns, oder das sind ja Fragen, die stellt man sich dann irgendwann gar nicht mehr, sondern man macht, ja hoffentlich aus dem Grund, dass man es alles besser weiß und gar nicht mehr drüber nachdenken muss, und nicht weil man nach 700 Stunden Spielzeit sich immer noch denkt, oh ja, jetzt drücke ich mal hier und dann vielleicht da drüben, soll es auch geben, soll es auch geben, aber das ist hoffentlich nicht das Ziel von den meisten Spielern, unsere Gruppe derweil, die geht auf die 90% schon zu, und räumt jetzt hier das Bossareal erstmal auf, den Boss selber, den kann man durchaus spielen, gerade wenn man hier für eine M0 Weekly oder so drin ist, oder in HC, oder rennt noch irgendwer HC Dungeons eigentlich, auch wild, wie HC Dungeons über die Jahre entwertet wurden, oder? Gar nicht so lange her, bilde ich mir ein, da war das der Shit, einen Char-ähnlich HC Dungeon ready zu haben und da dann rein zu rennen, ne? Aber das war auch lange vor M+, und, 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 ich glaube, wenn zusätzlich zur M+, auch noch HC ein größeres Ding wäre, dann hätten wir alle noch viel schneller die Schnauze voll von den Dungeons der jeweiligen Season, ne? Vielleicht ganz gut, wie sich das entwickelt hat, aber worauf ich hinaus wollte bei diesem Boss, da kannst du eigentlich reinspringen. Ja, da muss man nicht unbedingt Angst haben, dass du ja hier im Raum hin und her hopst und dann alles noch dazu pullt, aber in so einem 25er Key, da willst du vielleicht doch verhindern, hier irgend so ein Schmied mit AOE, Feuer, Nova und Feuer, jetzt noch dazu zu rufen, wenn nur mal einer einen falschen Schritt macht oder jemand durch einen ungünstigen Wirbel, hier sehen wir es gerade, dieser minimale Rückstoß, der damit einher geht, ja? Der damit dann in die nächste Gruppe gekickt wird, also dieser jemand will einfach keiner sein. Und darum am besten von Anfang an lassen. Junge, wie dieses heilige Prisma-Ding aber die Gruppe auch wieder hochballert, ne? Das hat wie lang Cooldown? 20 Sekunden? Und jetzt wünscht er sich vermutlich es bereits wieder ready gehabt zu haben bei dem Schaden, der hier gerade reinkriegt, aber schaut mal unser Pally, Junge. Wie der genau weiß, wie viel Schaden jetzt kommt, der hat sich gerade gar keinen Stress gemacht, ne? Da kam diese Feuer, Nova an Feuer, Nova und die Gruppe droppt so gemeinschaftlich auf 20, 30 Prozent Leben runter und unser Pally gesunder der eine Kreuzfahrer stoß, der muss jetzt schon noch sein, ne? Und das meine ich mit der Erfahrung. Ich hätte da mega Panik geschoben. Ich hätte da möglicherweise als uneingespielter und unerfahrener Heiler gerade erstmal HCDs gezogen. Als Priester erstmal eine Gotteshymne oder sonst was, um dann nach einem Tick dieser Fähigkeit direkt abbrechen zu müssen, weil die Feuer Wolves auf den Boden kommen. So weiß man aber zum einen die eigene Klassenerfahrung und auch Erfahrung die Gruppe betreffend, das halten die aus und ich kann die gleich in Ruhe mit normalen Fähigkeiten toppen und ein HCD, bei dem ich stehen und kanalisieren muss, der lohnt möglicherweise eh nicht, weil die nächste Bossfähigkeit eh in meine Fresse kommt und dann muss ich laufen oder sterbe. Ja, plus 25, auch wenn es nicht tyrannisch ist, also direkt hier als Nicht-Tank, Bossfähigkeiten fressen, ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert und wir sehen, wie locker luftig das hier weitergeht, jawohl, ansonsten ja auch überwiegend Standardinterface mit dabei, sowohl die Gruppenanzeige als auch unten die Aktionsleisten ganz auf entspannt, viele Fähigkeiten mit Licht dabei, ansonsten ein bisschen was zum Dunkeleisenzwerg mit drin, aber jetzt nichts, was irgendwie so richtig raussticht, die Anzeige in der Mitte natürlich sehr präsent mit den wichtigsten Cooldowns und laufenden Buffs und und und, aber davon abgesehen sehr aufgeräumt das Ganze, deswegen kam ich auch noch gar nicht weiter darauf zu sprechen, jetzt hier wieder mit dem Lichtpriss mal ein bisschen gegen geheilt und dann erstmal Schaden machen, so warten wir auf die nächsten fetten Ticks, die hier in die Gruppe reinkommen, gucken, ob irgendwer ein bisschen Movement versaut und dann fangen wir an zu heilen, damit sich das auch lohnt, der Boss ist unter 20% und unser Heiler sieht mana-technisch so aus, als wären die gerade aus einer kleinen Trash-Gruppe in M0 gekommen, Junge, absolut fantastisch, also ich finde, das strahlt eine gewisse Ruhe aus, ja, mag man vielleicht gar nicht glauben, wenn man das ein bisschen beobachtet, als ich es gerade tue, aber ich finde, was unser Heiler hier macht, der strahlt eine gewisse Ruhe aus, einfach weil es wirklich in jedem seiner Schritte so wirkt oder in fast jedem, als wüsste er genau, was er tut und als wüsste er auch, was als nächstes kommen muss und das bringt er dann aber auch, ne, ich selber weiß auch häufig, was jetzt theoretisch als nächstes kommen muss, aber ob ich das dann mache, naja, das ist eine andere Geschichte, ne, wie wenn ich eine Mail abschicken will und hab die fertig geschrieben und check da noch 700 Mal die Anhänge und check noch 700 Mal die Rechtschreibung und lenke mich dann noch eine halbe Stunde mit Social Media ab und denke mir dann, na gut, die speichern wir erstmal in Entwürfe, die schicken wir dann morgen raus und dann wird aus morgen eine ganze Woche und dann gucke ich nochmal rein, ändere nichts, schicke die ab und dann stelle ich fest, ich hab einen Anhang falsch. Junge, das ist der Lifestyle, ich raste aus, ja, da bin ich auch ein sehr spezieller Typ, ich will doch nichts außerhalb von WoW mit Leuten zu tun haben, dann muss ich Mails schicken und Anhänge und dann kriege ich auch noch Antworten, oh Gott, wo soll das enden, Leute, ihr macht mich wieder fertig mit solchen Sachen, aber unsere Gruppe super zügig hier nach vorne, der Direkteur hat gerade ein bisschen Anschluss verpasst, da kann ungünstig die Patrouille vorbei gewuselt, hat unser Priester eben mit hochgezogen, easy going, dann sind alle wieder runtergesprungen, also es ist ein großes Auf und Ab hier und vor diesen Gruppen hatte ich ja persönlich ein bisschen Angst, aber wir sehen unsere Kollegen hier, die verlieren erstmal lange Zeit überhaupt gar kein Leben, nicht mal der Tank da vorne, der hat kurz vergessen, dass wir Aggro hatten, darum hat er einfach auch keinen Schaden bekommen, was für ein Berserker, jetzt kommen hier die überlappenden Feuer-Nova-Effekte, aber auch da unsere Gruppe kein großes Problem, unser Pelle hier schön am Verteilen der Heilungen, selber einen aktiven Segen gerade mit dabei, schön den Schaden drücken hier, also da bekommt man fast das Gefühl, Paladin-Heiler ist super easy, oder? Aber, bei dem stimmt ja nicht nur die Erfahrung, da stimmt auch das Gier, da stimmt ja auch die Gruppe, es sind so viele Faktoren, wo immer was schief gehen kann, ich merke es immer in den Streams, wie die Stimmung ganz schnell kippen kann, wenn man sagt, ah Freunde, heute hatte ich einen schönen Run in M-Plus-Keys, oder Zeitwanderung, ist ja momentan diese große Sause, fünf, sechs Wochen lang, jede Woche Timewalk, wir sind eigentlich on stream, auch nur am durchpimmeln, hier ein Raid, da ein Raid, und überall ein Raid, Raid, ja, und dann gibt es ja noch erhöhte Mount-Drop-Chancen für die jeweiligen Zeitwanderungs-Reittiere, ja, wir haben ja zum einen eine normale Weekly in der Hauptstadt in Valdracken kann man die annehmen, wo man fünf Zeitwanderungs-Dungeons machen kann, oder eben Zeitwanderungs-Raid-Bosse killt, in Ulduar, Schwarzer Tempel, oder whatever, und dann da schön HC-Loot aus dem aktuellen Raid bekommt, sehr lecker, und wir haben noch eine extra Weekly, wo wir dann in dem jeweiligen Zeitwanderungs-Raid den Endboss töten müssen, und da gibt es auch noch mal eine Kiste mit fett skaliertem Loot, und da kann eben auch ein Haustier oder sogar Mount aus der jeweiligen Zeitwanderungseinheit drin sein, sind wir also Schwarzer Tempel gelaufen, haben Illidan gekillt, und dann hat jemand Allahs Asche gezogen aus dieser Kiste, oder als wir neulich Feuerlande waren zu Qatar, da sind erstmal, ich glaube insgesamt fünf Mounts getroppt, für natürlich fünf verschiedene Leute, und zwar aus der Drachenseele, Junge, für einen Raggi-Kill in Firelands, also richtig geisteskrank momentan, was da passiert, und darum ballern wir da definitiv ordentlich durch, haben da auch ne Menge Freude, und wenn man dann davon erzählt, dann fängt es immer an so ein bisschen zu kippen, und dann kommen die Ersten und sagen, ich hatte nur Scheiß-Runs, ich brauche erstmal eine Pluspause, und Junge, die Randoms wieder, dann quatschen wir da ein bisschen rüber, ich versuche das Ganze immer so drauf zu lenken, ja, dass es so klingt, wie es meiner Meinung nach auch ist, von wegen, wenn du jetzt Kack-Runs hattest, dann werden die Nächsten wieder besser, so will es das Gesetz, ja, der kosmische Ausgleich, denkt an die Lore, das kosmische Gleichgewicht, und für jeden beschissenen Run hat wer anders einen besonders guten, vielleicht findet er im nächsten eine Gilde, die große Liebe, oder einfach nur einen entspannten Run, ja, und denkt dran, auch zu gucken, sind denn wirklich alle Runs so scheiße, oder überwiegen gerade nur die negativen, ich bin ja auch so jemand, ne, ich kriege am Tag 10 tolle Kommentare, einen Beschissenen, an was denke ich abends im Bett, an den Beschissenen, und dann denke ich mir aber immer, na, der war so doof, Junge, das lohnt sich gar nicht, der ist es eigentlich gar nicht wert, da groß drüber nachzudenken, darum bin ich dann einmal ein bisschen pisst, und denke, warum denn jetzt hier, an diesem schönen Tag, unter diesem Video, und dann versuche ich das auch ad acta zu legen, und so versuche ich dann diese Gespräche zu führen, und das Thema und die Stimmung ein bisschen zu drehen, und das funktioniert in der Regel, weil dann auch gleich wieder viele aus der Versenkung hervorkommen und sagen, ja, eigentlich, ne, eigentlich, der nächste Run, der war wieder besser, und morgen laufe ich auch mit der Gilde, und nächste Woche sind auch wieder andere Affixe, und ja, dann passt das, darum, Freunde, von diesen negativen Einflüssen gar nicht regieren lassen, so wie unsere Gruppe das hier macht, ne, lieber ein paar Schätze plündern, das Schild zerroffeln, und dann Kampfrausch, den Boss einfach schon ins letzte Drittel seines Lebens geballert haben, Trash-Prozente sind ja auch schon voll, ne, deswegen konnten sie die Ekelgruppen hier auf, die hatten sie also auch keinen Bock, zum Glück auch überspringen, bisschen Heilung nochmal mit rein, jawohl, ein bisschen Defense, dann ist das Schild aber auch schon wieder kaputt, da kam wieder dieser Prisma-Leuchteffekt, ja, Gruppe ist getoppt, Boss ist gestunnt, alle hauen einfach komplett geisteskrank mit drauf, und dann sind wir auch schon in der Execute-Phase, das schmeckt unter anderem unserem Shadow Priest, und dann dürfte sich dieser Boss verabschieden, und die haben einen 25er Nelterus wirklich wunderschön gespielt, die drei Tode, natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber sind ja Menschen und keine Maschinen, hoffe ich, und deswegen ist das, denke ich, auch sinnig zu verbuchen, und auch durchaus auszuhalten, ja, es geht nochmal in die Ecken, es geht nochmal zum Plündern für die Sicherheit, da ist echt noch ein Schild raus, oder was, nee, komm, haut sie um jetzt, das war da wirklich nur für die Sicherheit, oder Magma Shield bei 0,77% Wrestling, oh, come on, das ist auch so ein Moment, aber, ja, zum Glück konnten sie es noch schnell beenden, das sind so die Momente, ne, wo man fast schon, ja, OMG, wo man fast schon denkt, scheiße, Junge, what is happening, ne, und dann drehen alle, irgendwie durch, alle sind auch total aufgeregt, ne, unser Heiler muss sich die Aufregung erstmal ein bisschen weghüpfen, man kennt ihn, und es war fantastisch, ja, das war absolut schön mit anzusehen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuschicken, und dann freue ich mich, wenn wir uns in den nächsten Videos, Streams oder sonst wo, gesund und munter wiederhören, haut da rein, und schau, hau, 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 hau. Vielen Dank.